Hallo und herzlich Willkommen. Ich werde dir heute erklären, wie kann man ein Formular in Deutschland ausfüllen. Und dieses Formular kann man nicht vermeiden, wenn man eine Wohnung in Deutschland mieten möchte. Dieses Formular ist Mieter Selbstauskunft. Ich habe diese gewählt, weil es persönlich auch für mich ganz verwirrend war am Anfang. Also fangen wir an mit der Adresse der Lage. Das bedeutet, hier sollen wir Adresse unserer Wunschwohnung schreiben. Also zum Beispiel Berliner Straße. Straße, irgendwelche Nummer und dann eine Postanzahl Berlin. Ab dem, also ab welchem Datum, sagen wir zum Beispiel heutiger Datum und dann gehen wir sofort weiter, weil es gibt viele, viele Fragen. Also hier haben wir zwei Spalten. Mietinteressent oder Interessentin und Mietmieter. Also suchen wir eine Wohnung nur für uns selbst oder bringen wir noch unseren Partner, Freund, Freundin mit. Also hier stellen wir Namen und Vorname. Ich sage Muster Max. Also Max Muster ist immer der Name im Formular in Deutschland, wo als Beispiel gilt, also zuerst ist Name, Vorname, nicht zu verwechseln. Dann Familienstand. Wir können sagen Ledig, das ist wie Single oder Verheiratet. Geburtsdatum sagen wir zum Beispiel 1. Januar 1990. Aktuelle Anschrift. In welcher Adresse wohnst du gerade? Also sagen wir zum Beispiel Berliner Straße, aber andere Nummer. Telefonnummer. Ja und Telefonnummer sagen wir zum Beispiel diese Vorwahl. Also E-Mail-Adresse auch Max Muster. Ich mache zu viele Fehler, weil zu viele Fragen sind drin. Ausgehüpft und beruft sagen wir, dass ihr ein Arzt ist zum Beispiel. Natürlich, du solltest deine Tätigkeit dort schreiben. Nettoinkommen. Sehr wichtig. Also wie viel Geld steht ihm zur Verfügung monatlich. Sagen wir es so. Derzeitige Arbeitgeber. Also das sollte in Detail sein, aber wir können zum Beispiel nur sagen Charité Berlin. Und derzeitiger Vermieter sagen wir Muster, Muster und dann Anschrift, Telefonnummer und alles was dort steht. Außer uns sollte noch jemanden hier wohnen. Das ist ganz wichtig und haben wir Verwandtschaftsverhältnisse mit denen. Also ist es unsere Familie oder ja, das ist wichtig. Und noch, bestehen Mietrückstände, dann Räumungsklage, Zwangsfolgenstrecken, eigenstaatliche Versicherung, Insolvenzverfahren gelten alles. Haben sie Schulden, haben sie die Miete, die sie nicht bezahlen haben oder hatten sie eine Strafe bekommen, wie eine Vorstrafe oder Haftbefehl. Das ist ganz wichtig für Mieter zu wissen, zu wem vermiete ich meine Wohnung. Nutzen sie die sozialen Leistungen, um Miete zu zahlen als soziale Hilfe, Hartz IV oder ähnliches. Werden sie die Wohnung für gewöhnliche Nutzung nehmen, also machen sie das, werden sie eine Filmstudie machen davon oder nur für private Wohnung. Werden sie dann Wohngemeinschaft gründen und spielen sie Instrumente und welche. Natürlich, wenn sie das alles ausfüllen, also beachten für jede Person, für jede Person ist eine Spalte und dann müssen die das unterschreiben, dann Vermieter das unterschreiben kann und Ort und Datum stellen. Hoffentlich habe ich dir geholfen und wir sehen uns nächstes Mal.